so die maps sind ja interessant da könnt ihr euch hier keine ahnung genau die im bild gras sehr gut das gefühl da kommt jetzt gleich an und das ist finde ich auch besser hier in stronghold crusader 1 dass man hier die dass man durch ein scheiß tor hochkommt das gibt es doch gar nicht oder ich habe es noch nicht entdeckt er lächerlich das spiel ist irgendwie so man kann sie auch sehr schnell spielen da ist es wirklich zu schnell und hier kann man das spiel auch sehr schnell spielen so dass da noch ein menschen daher kommt aber na gut so jetzt machen wir schneller hier noch mehr mehr holz kannst du aber auch kaufen und die benutzen auch ernsthaft hier stronghold crusader 1 musik was ja nicht schlimm ist und ja ich finde es ja geil aber die kommt ja fast nur dort naja gut das kann man eigentlich auch online spiel das spiel ist kann man auch machen wenn ich zwar ziemlich scheiße drin aber egal geht darauf an kommt ihr auf dem fun an keine steuern das ist eine angenehme veränderung hat die alten teile sind halt doch wie viel besser so ist das war auch hier habe ich noch eines als wir eine mission hatten wir was als man eine mission hatte wo das der wolf mit einem mit einem schwertkämpfer ankam und der typ dann der der das der dort nur ritt ich schwert kann man sagen wir werden sterben und das war nur einer und ich hatte dort 100 bogenschützen und ab da konnte man dann wieder dingens bauen hier aber armbrüste er macht mal was hier so wie sieht es bei dir aus kannst du nicht haben wir so ungefähr dass die einfach nur ihren ton platzieren können okay jetzt kann man doch nicht platzieren oder er baut das hier weg aber pc ist schon unfair cpu ist meine ich pcs muss man aufrüsten aufstocken wir benötigen mehr holz was wir haben noch genug holz klasse ihr habt es geschafft ja ich weiß verdammte scheiße fleisch es fleisch naja gut so was ganz was gibt es sonst bei mir ja wie gesagt bald steht umzug an deswegen es wird noch mittel zwar noch mittel dauern aber ich denke das wird so fließender wechsel sein das heißt ihr werdet da nicht so viel davon mitkriegen ich muss mein internet anbieter wechseln kann ich habe ich da die möglichkeit noch mehr leitung gibt es wie mehr wirst du besser mehr es ist und ansonsten wir haben hier kein eisen und der art eisender klasse der unfaire scheiße hier und die kommt nicht hinterher wir benötigen holz zeig euch hier was mitte nachher kommen ist ihr klein noch eins da auch noch eins jetzt bauen wir fette türme ja machen wir doch in den ja ansonsten nicht das ist irgendwie geil ich werde das jetzt mein bogen ist teuer mein herr ich werde das jeden fall noch zu ende suchten 50 mission für mich war das damals irgendwie übelst wenig dachte mir ziemlich kurzes spiel aber das war auch deswegen ich habe deswegen das lp angefangen das ist wieder so lange ja ich schweig schon wieder in nostalgias alter sich bei mir hier an weil ich jedes wochenende nicht da war der heimann habe ich mir gesagt naja du musst du hast trotzdem bock irgendwas aufzunehmen und da habe ich mir halt gesagt dann nimmst du stronghold hier wir benötigen mehr steine er hat den holz den scheiß doch mal hier raus hier ihr könnt das nicht dort platzieren my lord so jetzt können aber auch die musikern stronghold crusader gleich am grad am musik wechseln chillige wüsten musik besser kann es nicht sein im notfall noch sonst sollten posten ist halt wahrscheinlich nur ungewohnt dass schon wieder zwei ist wahrscheinlich noch immer noch besser als die es ist besser als die strongholds 2 und so ein rotz hier weil ich habe das mal gespielt und ich dachte das war ja das mit strongholds 2 weil ich mir dachte oh gott ey jauche gibt es hier auch noch ey das ist ja was brauche ich denn noch alles ich konnte mich gar nicht konzentrieren auf meinen auf meine burg oder auf angriffe oder auf truppen und jetzt habe ich zwar ein mittel freizeit im spiel wie ihr seht hier ich baue hier gerade noch ein paar mauern muss nur halt ein mittel roten bis ihr bis nach oben reinkommt und da kann ich ja das hier machen und es ist immer noch nicht so krass schnell also finde ich vielleicht ist es auch krass schnell und checks nicht so wollen wir den mal schon mal ein mittel ärgern soll ich äh was ich bei strongholds 2 mache ist auf steuern spielen külze doch bogenschützen bereit machen wir sind der hässlichen länderein verteidigen will bäum 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 was machst du jetzt dagegen ich bin nicht in gold damit kann man halt übelst nice gold machen und verkaufen das ist bei stronghold crusaders ich muss aufhören von diesen kack stronghold crusader 2 zu labern das ist das spiel ist halt nicht so gut wie der erste teil muss sagen deswegen sind da die steam reviews auch so so alles verballert nachricht von richard löwenherz schön ihr könnt ein paar gebäude einreißen wie wäre es mit einem fairen kampf ist doch fair oder du kommst doch dort auch mit einem kack hat ab mit zwei katapulten an bin zur stelle will ich noch mal darauf hinweisen sind auf dem unerreichbar bereit ich muss sagen das ist echt entspannt 1 0 willkommen bei leute noch mehr verkaufen ich könnte alles verkaufen und dann baue ich mir ich kaufe mir die typen lieber das ist man rücken aus vielleicht doch besser wenn die hier stehen eine pause tut gut geil ich bin über sedimental kann das sein muss ich immer nur die alte scheißzeit denke ich sehe den weg die augen auf die blind fisch sind auf dem weg so gold fließt in die schatzkammer sein übelste ne wie geht es schon wieder zu langsam mit euch machen ja hier kann ich die ganze zeit warten bis sie ein paar bürgen gemacht habt na gut es liegt auch daran dass das hier so bei bau hat zum bau bau hier ist anscheinend hier oder hier vor sich hin ich ja so schnell so dann brauche ich jetzt anscheinend noch mehr getreide das ist der ist halt easy der typ wir benötigen stoffe so gut wie erledigt bin zur stelle ist hier was ich habe nur sechs bauern du fachst du schützt ihr könnt das nicht dort platzieren mal auch die also man muss ja auch sagen man findet ja bugs nicht gut ne gut das sind jetzt bugs die spiel die den vorteil für den spieler bringen aber trotzdem muss ich sagen wenn man diese bugs nicht nutzt ist es ja alles okay und gegen den echten spieler kriegst es ähnlich hin dass die bugs ausnutzen so jetzt brauche ich mal hier ein paar alter die bogenschützen halt hier nichts gemacht haben meine also oder zu doof waren sagen was wir so geht zum nächsten geht zum nächsten sehr gut bin zur stelle ja ich hatte ja eine neue tastatur gekriegt bei der dream hack voll krass eigentlich nur weil ich wie diese so eine dämliche twitch umfrage gemacht habe ich habe hier so eine hp omen tastatur da habe ich gelesen ja hier wurde extra von hp mit stil series entwickelt also ist nix wie planen oder so guck im netz danach es ist einfach nur eine fucking rebrande testatur das heißt oben rechts das stil series logo ist weg und ein weiter weg das war es eigentlich muss was ja das ist hier das stil series gaming apex ist es glaube ich hier die koste und die bei hp heißt es ja hier einfach hier oben keyboard kosten hunderter alter die muss man mal überlegen kunde da kostet diese kacktastatur ne ich muss mich zwar noch an die gewöhnen bei der das einzige was ich so richtig was mich so richtig stört an der ist nicht dass ich nicht mit der dass ich mich an die gewöhnen muss oder die scheiße schreibt oder so sondern dass diese pfeiltasten ne guckt mal ihr drückt ja normalerweise wenn der diagonal rechts und hoch ne das ist diagonal ne also hier genau diagonal ne ihr habt ja nur vier pfeiltasten theoretisch so und jetzt krieg ich nur eine taste und das ist hier oben links ist das hier es gibt so eine oben links diagonal oben rechts diagonal tasten ne das ist jetzt hier eine taste ne hört ihr es ne und so hören sich zwei an hört sich jetzt nicht anders an aber trotzdem da denke ich mir wow vielleicht hilft mir das ja bei project carson oder so dass ich dann leichter eine kurve lenken kann aber wenn nicht ich bin schon echt dabei wenn ich denke überlegt vielleicht ruppig die zwei tasten hier aus die stören mich weil ich erkenne die vier pfeiltasten daran dass das dass das ist durch vier pfeiltasten sind an der form einfach ne und das ist jetzt weg das heißt wenn ich immer wenn ich mit meinen finger drüber gehe dann denke ich mir was ist denn das hier ist wo sind die pfeiltasten was unsere lebensmittel vorräte wachsend sei fließt in die schatzkammer unsere lebensmittel vorräte schwinden dahin euer gnaden doch noch ein paar gegen kurs speicher und dann können die den noch mal voll machen kommt ihr könnt das nicht doch kann alles kommt es werden rekruten benötigt sein